Hey Leute, was geht ab? Hier ist nochmal ein Arzt und herzlich willkommen zum Part 2 von meiner Wetspeed Session. Wir spielen nochmal Gun Game aus Versehen, ich wollte es eigentlich gar nicht, aber was soll's, es soll ja eine Session sein, also alles hintereinander. Und deswegen spielen wir jetzt auf Summit Gun Game. So, wie gesagt, schon Python, nicht mein Ding. Ich werde verkacken. Da war einer. Immer diese Camper am Anfang, das ist echt, muss man echt immer ziemlich aufpassen. Oh, da ist einer. Oh, und da ist doch nichts. Oh, 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 oh. Nice. Ey, wow. Also, ein bisschen Glück kann man schon erwarten, ne? Hinter mir? Ne. Hier tummeln sie sich alle. Dankeschön. Der ist schon bei den Skorpions, oh mein Gott. Oh, scheiße. Wow, ey. Der ist jetzt schon... Ah, M14, oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich will das nicht, ey. M16, wow, ey, geht da gerade ab. Oh, da hat nur Python. Ey, komm jetzt, man. Der ist jetzt schon bei der AUG, das geht ja gar nicht. Niemand hält den Typen echt auf, ey. Und bei der M60, oh mein Gott, ey. Ah, da hab ich ihn. Ich bin der Retter. Oh, Stakeout, ey. Ne, ey. Oh, jeden Typen mit... Unglaublich, ey. Ich hab ihn doch getroffen, wirklich. Und dann immer diese Hit-Detection bei der Stakeout. Die ist so verkackt. Oh, der hat einen Sniper-Kill bekommen, der Wichser. Ah, schnitt doch mich. Oh, der Nächste, der Nächste, bitte. Oh. Oh, nee, nee, nee. Oh, der ist einer. What? Den hab ich gar nicht gesehen, Mann. So ein Camper, ey. Da ist einer. Dankeschön für den freien Kill. Ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar. Oh, da ist einer. Oh. Da kommt noch einer. Komm schon. M16 ist so scheiße in diesem Spiel. Oh. Kommt da noch einer? Nein. Doch, jetzt müsste einer kommen. Ja. Dankeschön. Und den nehm ich auch noch gerne. Da oben. Ja, dankeschön. Sniper. So, jetzt könnt ihr mich mal Creescope sehen, Digga. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Oh, nein, ey, ey. Das ist schon beim China Lake, ey. Irgendjemand muss ihn doch mal irgendwie so messern oder so. Oh, von links. Und Creescope. Creescope. Schade. Schade. Ne, geht gar nicht, ey. Geht gar nicht, ey. Wahrscheinlich sollte ich mich genauso wie der Typ da hincampen irgendwo. Hat er gar zwei Kills mit einer HK gemacht? Hätte er das denn gekriegt. Ah, jetzt schauen wir hier. Oh. Wo sind die Gegner? Er hat ein Crossbow. Er hat ein Crossbow. So ein Scheißdreck, ne? Ja. Nach mehreren Anläufen endlich geschafft. Hat er ihn gemessert? Ja, er hat ihn gemessert. Nice. Dankeschön. Da oben ist noch einer. Oh, ist das Ding ungenau, ne? Ja. Dankeschön. Der Typ bleibt stecken. Dieser, der die ganze Zeit auf Platz 1 war. Kommt nicht weiter. Aber ich schon. Ha, ha, ha. Ah, komm schon jetzt, ey. Wo sind die Gegner? Da ist einer. Dankeschön. Ich bin erster Platz. Ha, ha. Nice, ey. Oh. Ambus. Oh, fuck. Oh, Hitmarker. Oh, ich muss abhauen. Schade. Ah. Mann. Gib mir einen einfachen Kill. Irgendso ein Camper irgendwie, der nicht auf mich aufpasst, ey. Domuzobu ist online. Nein. Da. Der ist einfach. Fuck. Hitmarker. Oh, nein. Ich hab mich richtig erschrocken, Leute. Oh, Gott. Ich hab mich richtig zusammengezuckt, ey. Der ist geil. Scheiße. Ich bin auf dem Channel Deck. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Oh. So ein Dreck. Dieses Ding ist so leicht eigentlich in echt. Aber man läuft wie so ein Sumoringer damit, ey. Oh, von hinten. Oh, ich explodiere nicht. Muss denn mal irgendwo ein Gegner kommen? Von hier? Komm schon, Gegner. Da ist einer. Komm schon. Gib mir einen Kill. Nein, aber da. Nein, ich muss abhauen. Oh. Fuck. Er ist auf dem Ballistikmesser. Er ist beim Ballistikmesser. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Das kommt schon. Ja. So läuft das. Jetzt ist ein 101. Er hat Ballistikmesser. Ich hat Ballistikmesser. Das muss ich gewinnen. Komm schon. Gib mir einen Gegner. Da ist einer. Komm schon. Fuck. Komm schon. Ich brauch den Scheiß Kill. Ja. Ma. Nice. Okay, Leute. Part 2 meiner Wettspiel-Session. Haut rein. Das ist eine Tрез Samanthain.